Ich habe natürlich da die Kontrolle. Ich muss sagen, er hat wirklich viel Ahnung. Hier war vor kurzem eine kleinere Profi-Veranstaltung im Essener Osten, in Schneele. Und da ist er eingesprungen, als der Ringrichter ausfiel. Auch die Punktrichter hatten sich nicht blicken lassen. Der Ibrahim hat alles gemacht. Der kam zufällig dann dahin. Als Zuschauer oder als Boxverband. Und der hat dann Ringrichter gemacht, Punktrichter, alles in einer Person. Hatte Schwerstarbeit mit vielen Kämpfen. Und ich habe festgestellt, er kann das alles. Also deshalb, herzlich willkommen. Du bist unsere Allzweckwaffe, auch in der Eissporthalle. Dankeschön. So, Jama Saidi, der kommt aus dem Dürener-Bereich. Aus Düren hatten wir hier in Hessen schon mal einen Boxer. Der war Europameister, das war Ernst Müller. Der ist Trainer von den dortigen olympischen Boxern. Der Jama Saidi kennt ihn sicherlich. Ich sehe das auch am Nickel. Ich habe ihn ja auch als Amateur schon gesehen. Unseren The Hammer. Auf Deutsch, der Hammer. Und den wollen wir natürlich hier im Ring in einem Weltmeisterschaftsfeind sehen. Jama Saidi, erzähl mal, was du vor hast. Ja, erstmal einen schönen guten Morgen. Freut mich, dass ihr alle zahlreich erschienen seid. Ja, am 1. Juni haben wir, inshallah, die Möglichkeit gegeben, um den GWC-Jungoran-Weltmannschaftstitel zu kämpfen. Und worauf ich mich halt sehr freue und alles gewählt habe. Den Ernst Müller aus Düren kenne ich natürlich auch. Sehr bekannt in Düren. Viele Titel schon geholt, im Amateurbereich. Und ja, ich habe vor, den zweiten Titel nach Düren zu holen. Hier in Hessen. Hier in Hessen den Titel nach Düren holen. Wir wären ja lieber, wir hätten den Titel hier in Hessen waren. So, Dankeschön. Das war eine erste kurze Fragerunde. Möchte noch jemand sein Stegment ergänzen? Oder gibt es Fragen hier aus unseren Reihen? Oder seid ihr mit Informationen jetzt so zugeschüttet, dass ihr gar nicht mehr braucht? Ich darf noch mal begrüßen, oder den habe ich jetzt eben erst gesehen, den Direktor der Eissporthalle am Essener Westbahnhof, Jürgen Konrad. Jürgen, möchtest du was sagen über deine Boxveranstaltung? Denn du bist ja der Hausherr. Du überlässt das den Fachleuten. Ja, das finde ich auch ganz gut. Ja, du brauchst ja auch nicht boxen. Wir beide sind ja aus dem Alter schon raus, ja? So, dann sage ich erst mal Dankeschön. Ich sehe keine Wortmeldung, ich sehe keine Frage. Ja, dann sag doch mal deine Frage. Wie heißt die Frage, kannst du nur selbst beantworten. Also die Frage war, warum du nicht um den Titel kämpfst? Wenn du nicht so weit bist, oder weil sich keiner traut, ne? Nein, das kann weisig sein. Also, ich muss erst mal wieder so einen Aufbaukampf machen, um Boxen, und dann kann ich mich dann wieder für Titelkämpfe qualifizieren. Aber ich glaube, die Schnelle, ich bin kein Kritiker, dass ich direkt noch in der BMT verkämpfung kann, weil zwei Jahre in der Aktivität, in der Poti-Boxen, dann muss erst mal ein Aufbaukampf werden, oder zwei, dass ich mich erst mal mit dem Titelkämpfe qualifizieren muss. Wer ist denn Klitschko, wenn ich über Barakat spreche? Damit habe ich euch da drüben, die ihr da so übermütig seid, so ein bisschen im Wind aus den Segeln genommen, was unseren Dias angeht. Ja, ich möchte, dass der Don, ich sehe, ich habe fast Don King gesagt, Don Grathead noch mal ein paar Takte sagt, und dann sollten wir uns dabei bewenden lassen. Presseleute, die noch weitere Informationen brauchen, wir stehen alle noch zur Verfügung, ja, und werden Ihre Fragen so gut es geht beantworten. Sie können auch noch schriftliche Statements haben, oder wer Interviewfragen hat, bitteschön, gleich ist die Gelegenheit dazu. Don, du bist an der Reihe. Also, ich möchte mich noch mal bedanken, und ab nächster Woche Montag fängt schon Vorverkauf mit Karten, das heißt, alle können Karten kaufen, um ihn allein zu sehen. Ich würde mich freuen, um zahlreichen Zuschauern den Amt. Ich möchte als erstes einen Menschen noch bedanken, habe ich heute für Geld den Herrn Konrad, der mir ermöglicht, mir den Hallen zu geben, um den Fahnschall zu machen. Ich möchte auch... Natürlich möchte ich an meine Mütter auch bedanken, weil sie sind meine Hauptsponsoren. Ja, und andere Sponsoren möchte ich auch bedanken, die Krankenkasse KHH, nee, KHH, Kaufmännische Krankenkasse. Und viele und andere als großen Dank an Alecetta. Alecetta ist langsam bekannt geworden, mit den Boxern. Hier waren viele Pressen. Und, ja. Auch da darf ich noch mal ergänzen, hier im Alecetta hat vor wenigen Monaten das offizielle Wiegen stattgefunden für eine große Profi-Veranstaltung, die in der Luhleimer RWE Rhein-Ruhrhalle war. Groß deshalb der Hauptgepfer dort, und damit war er auch hier, wie sowieso öfter hier, auch Gast bei Pizza und Pasta, Francesco Pianeta. Der boxt am kommenden Samstag gegen Wladimir Klitschko und den super Schwergewichtstitel der Welt. Francesco Pianeta. Und er ist hier, leicht bekleidet, mit Badehöschen, über die Waage gegangen. Er hat keinen geringeren als den früheren Schwergewichts-Weltmeister Bota aus Südafrika geboxt. Pianeta hat auch gewonnen, aber Bota hat den Zenit seiner Karriere eh ein wenig überschritten. Und ich denke, das war einer seiner letzten Kämpfe. Aber Pianeta ist ein aufstrebender, junger Boxer, der unweit hier vom Allee-Center in Gelsenkirchenhorst ein italienisches Eiskaffee hat. Und wenn das nicht Lokalität für uns alle ist, dann weiß ich es nicht. Francesco Pianeta müssen wir allerdings die Daumen drücken, denn gegen den Klitschko zu boxen, ich glaube, das ist keine Frage des Geldes. Da geht es um eine ganze, ganze Menge. Ja, und vielleicht schafft er ja die Supersensation. Und wenn nicht, hat er in seinem Rekord, kann er später seinen Enkelkindern sagen, gegen den unschlagbaren Weltmeister Wladimir Klitschko geboxt. So, wir haben aber nicht Klitschko hier. Wir haben unsere Boxer hier an der Spitze. Elina Thyssen. Elin, the Machine. Jamal Saidi. Bies, Barakat. Und viel mehr. Wir haben zehn Kämpfe. Und ich sage noch mal, herzlich willkommen in der Eissporthalle am Bahnhof Hessen-West. Am Samstag, den 1.6.20 Uhr geht es los. Ab 19.00 Uhr ist der Einlass. Machen Sie von Karten Vorverkauf. In den nächsten Tagen Regelbebrauch. Und falls Sie die vermissen, wir haben sie auch vermisst, sind nicht ganz fertig geworden. So ist das. Das ist ja auch alles live. Wir wollen den Termin auch nicht verschieben. Unsere Plakate. In wenigen Tagen werden Sie auch überall im Stadtgebiet und natürlich hier im Allee-Center die Plakate für die Fight Night in der Eissporthalle am Westbahnhof sehen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön für Ihren Besuch und auf Wiedersehen am 1.6. Ich möchte noch mal an Mike bedanken, dass er mir vertraut hat, Hauptkampf zu machen. Laut Boxen heute bin ich der jüngste Boxpromoter Europa. Und erst mal Vertrauen zu schaffen im Boxgeschäft war schwierig. Doch durch meine professionelle Arbeit habe ich geschafft, die Vertrauen an die Leute wie Mike, wie den Vizepräsidenten, Ibrahim Baraka zusammenzuarbeiten. Ich möchte einen Bias Baraka bedanken. Der war lange Zeit nicht mehr in Boxen. Er hat in den letzten Kämpfen nur Kickboxen gemacht. Doch letzte Woche haben wir zusammen meinen Kaffee getrunken und er hat entschieden, auch bei mir zu kämpfen. Er kriegt jede Woche fast Angebot, in einem Veranstaltung zu kämpfen. Doch die letzte Zeit gibt, sagt er mal ab, weil er findet das auch professionell an den Veranstaltungen, so als ich ihm ein Angebot gemacht habe. Hat er nicht lange überlegt, ja, zwölf Stunden. Und dann hat er mir auch zugesagt. So, mein Dank an alle hier. Danke an Hubert, Elina, Vias, Mike, Ibrahim und natürlich jetzt unser zukünftiger Weltmeister Yama Saite aus Düren. So, Elina hat mir zum Abschluss noch was verraten. Sie hat also ein paar Autogrammkarten dabei. Wer möchte, kommt her, traut euch, Autogramm für Franz von Elina, alles kein Problem. Wir machen es heute hier möglich. Bei der Boxveranstaltung, da wird es dann schlechter gehen, da hat sie die Boxhandschuhe an und dann kann sie so schlecht schreiten. die Boxhandschuhe an. Bei der Boxhandschuhe an. Vielen Dank.